Hi Leute! Schön, dass du hergefunden hast. Ich möchte dir heute mal wirklich so einen Einblick geben von dem, was wir am Wochenende bei MeinEvent erlebt haben, was da so zusammengekommen ist. Ich werde ein paar Bilder einblenden. War eine wunderschöne Zeit, super cool gewesen, zwischendrin mal eingesprungen und wollte dich da einfach mal ein bisschen dann teilhaben lassen. Es gibt auch eine Überraschung, damit du dir das wirklich in deinem Wohnzimmer holen kannst und da wirklich direkt mit teilnehmen kannst und wirklich mal erleben kannst, was da so abgelaufen ist und wirklich auch für dich das rausziehen kannst, auch wenn du irgendwie weiter weg wohnst oder einfach zu dem Zeitpunkt schon was anderes geplant hattest und deswegen sich überschnitten hatte und du nicht kommen konntest. Ja, und ich freue mich mega drauf. Dann lass uns mal rein starten. Und zwar ist mein Event war jetzt schon das zweite Mal. Letztes Jahr hatten wir es schon organisiert. Letztes Jahr hatten wir es zu dritt auch organisiert, aber das letzte Jahr war Damien und Fabio mit dabei. Und Damien war aber dieses Jahr in Spanien und dieses Mal haben wir dann so Denise, hat noch mit organisiert, Fabio ist Freundin und ich eben. Und es gab noch viele fleißige Helfer. Ich bin super dankbar. Also es ist super genial geworden. Wollte mich auch noch mal bedanken für jeden Einzelnen, der dabei gewesen ist, jetzt erstmal zurückgehen. Das ist super schön gewesen, kam echt super Feedback von euch allen. Zu allem eigentlich. Also wir hatten, kurz um dir mal so einen Einblick zu geben, wir haben am Samstag losgelegt. Es waren schon ein paar Leute Freitag da, haben schon da gezeltet. Wir waren über 80 Leute am Samstag. Und wir haben um 12 Uhr gestartet. Erstmal eine kleine Willkommensrunde gemacht und dann gab es direkt mal Mittagsmuffet. Super genial. Hat auch jedem geschmeckt. Wir hatten so thementechnisch ein bisschen unterteilt oder Geschmacksrichtung, sag ich mal. Kleine Reise gemacht. Das erste Essen war so mexikanisch angehaucht mit mexikanischen Crackern und Datteln, gefüllten und ähnlichem. Und die zweiten Essen, abends gab es dann nochmal italienische Richtung und am nächsten Tag mexikanisch. Und genau, wir hatten dann eben erst Mittagessen gemacht und dann gab es schon einen Vortrag. Fabio und ich hatten einen Vortrag gemacht, wie man wirklich ganzheitlich die Ernährung umstellen kann, Schritt für Schritt, was es da für wichtige Punkte zu beachten gibt. Haben noch eine Fragerunde im Anschluss gemacht. Und danach gab es Yoga und Wildkräuter sammeln parallel. Kam auch super gut an. Und ja, war super schön. Lena hatte Wildkräuter sammeln gemacht. Isabella war an dem Tag Yoga. Und danach hatte noch Julia, Julia Rosam. Eine oder andere von euch wird sie kennen. Hatte noch einen Smoothie Workshop gemacht mit Andy von Anderson Effekt. Vielleicht kennt das ihr. Waren auch zusammen unterwegs mal in Brasilien und Mexiko glaube ich auch noch. Und genau, fand ich super schön. Die beiden mal auch persönlich kennenzulernen. Das erste Mal mal persönlich kennengelernt. Und die hatten noch einen Workshop dann gemacht. Smoothie Workshop. Kurz vor dem Abendessen. Dann gab es eben erst den Smoothie und dann gab es wieder Abendessen. Und abends gab es dann Samstag noch Lagerfeuer und war super schön dann gemütlich den Tag wirklich ausklingen zu lassen. Ich bin zwischendrin meinen Main gesprungen. Und ja, total genial. Wetter war perfekt. Nicht geregnet. Den Tag vorher noch mal kurz geregnet. Aber dann nicht. Samstag, Sonntag. Hier ist auch die Gegend. Meistens regnet es hier nicht so viel. Gerade zu der Zeit, wenn es mal regnet, mal ein, zwei Stunden oder so. Was dann in der Zeit eigentlich immer willkommen ist, dass es mal kurz abkühlt. Und nee, das war eigentlich richtig genial. Es war auch nicht zu heiß. 25, 28 Grad oder 26, 28 Grad war, glaube ich, gemeldet. Wie warm es dann wirklich war, weiß ich gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall angenehm. Es war zwischendrin auch mal ein bisschen bewölkt. Nicht zu prall die Sonne. Und war echt schön so. Die Gespräche, einfach die Atmosphäre, was so zusammengekommen ist. Und nächsten Morgen hatten wir dann auch nochmal Yoga. Das hat Lena wieder gemacht. Willkottersammlung auch am Tag vorher gemacht hatte. Und was hatten wir noch am Sonntag? Buffet dann eben wieder. Morgens gab es dann noch Früchte. Und Robin hatte noch einen super spannenden Vortrag zur Saftkur gemacht. Macht er jedes Jahr. Begleitet auch Leute dabei. Und da kamen auch einige gute Fragen dazu. Super spannend, dieser Aspekt einfach, um den Körper nochmal zu entgiften. Das fand ich auch super genial. Und wenn euch das Ganze interessiert, nochmal die Vorträge. Ich werde gleich am Ende nochmal eine kleine Überraschung euch mitgeben. Dann gibt es eine Möglichkeit, wie ihr die noch bekommen könnt. Und ja, das war dann noch. Dann haben wir noch eine Abschlussrunde im Kreis gemacht. Auch nochmal. Ja, ihr habt Feedback schon geteilt. So durchwegs positiv. Wir haben dann extra nochmal nach Verbesserungsvorschlägen gefragt, was man noch vielleicht ändern kann. Und war aber echt richtig cool und hat mich mega gefreut. Einfach, ja, dass so positives Feedback durchkam. Und jeder einfach, obwohl alle so unterschiedliche Menschen, auch von überall her, das ist Luxemburg aus Österreich, Hamburg, ja, alle Richtungen. Und alle, ja, zusammengekommen und super schön zu sehen. Einfach jeder mega offen. Und es ist eine ganz andere Dynamik. Also haben auch viele gesagt, es waren auch einige Teilnehmer bei mir aus dem Programm da. 5 bis 10 auf jeden Fall. Ich glaube, so 8 waren dann letztendlich da. Und ja, es ist nochmal etwas ganz anderes, sich nochmal vor Ort zu sehen. Klar ist es schön, mal online hier dich da mitzunehmen. Das ist richtig cool. Aber dann nochmal das vor Ort mitzuerleben, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Wir wollten das nächstes Jahr auf jeden Fall wieder machen und bin mega gespannt drauf. Und wenn du es aber schon jetzt miterleben willst, also um auch zur Überraschung zu kommen, wenn du es jetzt schon in dein Wohnzimmer holen willst und das miterleben willst. Wir haben das Ganze, Corinna hat das Ganze mitgefilmt mit Jakob. Und wir dachten uns, das Ganze euch möglich zu machen, dass ihr euch wirklich da nochmal reinfühlen konnt. Wir haben Doku-Filme dazu gemacht, mit die ganzen Workshops auch noch aufgenommen. Wir haben Teilnehmer-Feedback mit eingeholt und so ein bisschen behind the scenes auch. Also für jeden, der dabei gewesen ist, dass du es immer wieder erleben kannst auch und auch mal zu sehen hinter den Kulissen, was da so abgelaufen ist. Superschön. Und wie das Ganze entstanden ist, was davor, danach noch so anstand. Und dann haben wir auch noch ein paar Rezepte eben, die ist beim Event-Gav reingepackt. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Die Rezepte, die Doku, Teilnehmerstimmen, die Vorträge, die Workshops eben auch. Du kannst dir nachmachen, mit den Smoothies auch gucken. Und ich werde den Link unten drunter stellen. Du kannst dir eben die ganzen Aufzeichnungen holen. Unten drunter findest du auch noch die ganzen Infos aufgelistet. Wenn du noch irgendwelche Fragen zu hast, schreib mir auch gerne. Und wenn du dabei gewesen bist, dann lass mal unbedingt einen Kommentar da. Ja, lass uns noch mal wissen, wie du es fandest, was so dein Highlight vielleicht war an dem Wochenende, was dir so im Kopf hängen geblieben ist. Und ja, ich freue mich da mega nochmal von euch zu lesen. Ich meine, es kam schon super viel Feedback auch während dem Event. Danach haben wir auch ein paar Nachrichten nochmal geschrieben per Mail und auch in Social Media. Und ja, super schön zu hören. Und es werden jetzt auch noch einige Bilder kommen. Wir werden noch, ja, auf Instagram Bilder posten, immer wieder. Und eine Bildergalerie gibt es auch. Könnt ihr auch auf der Webseite finden. Und genau, wenn das euch direkt eben die Vorträge, alles, den ganzen Input, Doku-Film und so weiter ins Wohnzimmer holen wollt, dann ist der Link auch direkt unten drunter. Und bin da sehr gespannt, was du dazu sagst. Und ja, freue mich von euch zu lesen. Und macht's gut. Bis nächstes Jahr beim Event direkt vor Ort dann hoffentlich. Und macht's gut. Bis dann. Ciao.